so ihr lieben hier bin ich wieder und man sieht es ist immer noch winter gut da da braucht irgendwer oder irgendwas wasser 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 wo kommt denn überhaupt das wasser hier so brauchen wir auch noch eine heizung wie es aussieht im moment nicht hat und ist im moment die hätten brauchen auch wasser und strom ja hier brauchen wir wir brauchen hier strom warum kommt da kein wasser was ist da los ah ja gut deswegen weil kein strom da ist um um wie machen wir es am besten was haben wir denn hier da ist das wellenkraftwerk ausgangsleistung nur bis 20 nee kernkraftwerk das ist das macht viel zu viel schmutz solarkraftwerk ja wasserkraftwerk zum beispiel könnte man das nehmen kann man denn hier rüber nennen man kann es hier rüber versuchen man kann es man kann es man kann es aber das braucht ja so ne kurve ne soviel ich weiß man kann es nicht einfach so genau das braucht ne kurve ähm 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 Ja, ja, ähm, gut, ähm, gut, ähm, ähm, äh, warte mal, geht das Haus da weg, oder soll ja jetzt auch nicht unbedingt weggehen, ähm, warte mal, vielleicht, so, ähm, bam, 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 tänker wir mal nochmal, so, äh, äh, hinten ist wieder zu viel Grün, wie kommt denn das, hm hm so dann wegen Strom äh Strom 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 hm 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 warte mal so das Ding hat ja jetzt äh dann mach ich das so oh jetzt haben wir hier Land und da ist auch nicht so schön aber das Ding ist auch weit weg wie kann ihm da das Wasser sich dauern das ist auch so ein Ding ne äh ja das ist nicht so gut das darf einmal denn das Wasser hm hm das ist ein äh Gebiet das wir anheben müssen Moment äh 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 ja die brauchen ja trotzdem Strom oder bleibt das dann so weiß ich nicht oder kommt das immer wieder mal vor mal sehen mal sehen einmal hier und dann einmal da her ähm 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 der ist da mit dem verbunden ähm 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 dann lass mal gucken wir brauchen auch noch mal Wasser hier genau ähm erstmal haben wir ja bis hier die Straße dann das Heizungsrohr ähm legen wir mal ab hier und wieder weiter ähm 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 da geht's jetzt nicht da geht's jetzt nicht aber da ähm 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 ok ähm hm 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 und ja bis hier sieht alles gut aus ja joa hm 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 ja ja das ist das hier ist ja aber der noch kein strom hat das ist Mache ich einmal hier so ein Ding hin, oder am besten mit Wasser? So, dann hat das Ding gleich Strom, genau, dann geht das weg. So, dann kann das arbeiten, dann ist das hier auch in Ordnung. So, Wasser ist da, hallo, Wasser ist da, Strom ist da, so, dann müssen hier nach und nach dann wieder die Häuser bewohnbar werden, so, ich habe jetzt hier, genau, da ist der Güterzug Bahnhof, der wird gearbeitet, ähm, so, dann muss ich nochmal hier Straßen legen, damit noch mehr Häuser kommen und dann, ja, lass mal sehen, da haben wir dann die Brücke, da fährt die Eisenbahn drüber, ähm, gut, da gibt es ja die Eisenbahn, ähm, äh, da kommt ein Güterzug, da steht auch schon einer, aha, gut, da wird gearbeitet, ähm, jetzt muss ich nochmal überlegen, ähm, da ist auch wieder ein Güterzug, ähm, 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 da ist auch wieder ein Frühbuch, das ist ja, ja, genau, wir brauchen hier, ähm, ähm, we brauchen erstmal hier ein Feuerwehrhaus irgendwo, würde ich sagen, hier, auch, ich könnte element匀, das kann So, dahin. Ein Feuerwehrhaus. Dann die Polizei. So. Das Haus ist da sowieso leer. So. Eine kleine Grundschule. Wieso passt die da nicht hin? Das ist doch platt genug. Der Ort ist bereits belegt. Ach ja, wo denn? Dann eben auf die Seite. So. Dann legen wir erstmal die Straße weiter. Mal gucken, wie machen wir das denn? Hier haben wir ja die... Eisenbahn. Ähm. Eieieieieiei. Die Straße. Ja, da ist es ein bisschen eng. Wir brauchen auch was. Das mit dem Schnee wieder freiräumen. Ähm. Wieder ein Widerzug. Ähm. Warte mal. Nee, hier haben wir nur eine Müllverbrennungsanlage. Ähm. Ja, aber das ist dann wieder so ein Ding. Ähm. Hier ist die Stadt. Da ist Müll. Ähm. Ähm. Hm. Ich würde mal sagen, das ist ja groß, ne, oder? Nur es geht. Da passt es nicht hin. Oh, das ist belegt. Warte mal. Ähm. Mach ich das so. So, Müllverbrennungsanlage. Aber eh irgendwo gab es noch was, wo ich da den Schnee wegmachen konnte. Warte mal. Wo hatten wir das denn? Ähm. Nee, hier war es nicht. Wo hatte ich das einmal gefunden? Äh. Nee, das waren nur irgendwelche Gebäude hier. Hier gibt es nur Parks und Plätze. Nein. Warte mal. Wo hatten wir das denn mal? Ähm. Wo hatten wir das denn mal? Gut, ich such da mal eben rum und dann, wenn ich das gefunden habe, schneide ich euch wieder mit rein. So, ich habe noch mal lange gesucht und ich habe es hier gefunden. Bäm. Ähm. So. Alter, ich bin alles durchgegangen hier unten und, äh, ja, das war dann doch hier bei Straße und nicht bei irgendwelchen Gebäuden oder so. Na gut, dann kann man das jetzt mal, äh, weiter machen hier. Tja, so, die räumen dann die Straße hier frei, die Autos. Ähm. Genau. Der braucht, Moment, jetzt müssen wir erstmal hier wieder gucken. Wasser, Wasser, Wasser brauchen die und Heizung brauchen die. Einmal Wasser und dann die Heizung. Ähm, Heizung, komm. Naja. So. Genau. Dann haben wir das hier. Ähm. So, wie mache ich das jetzt, dass die hier noch eine Bahnverbindung haben? Ähm. 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 Weil hier ist ja ein Güterzugbahnhof. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ja. Der bringt sozusagen immer dann neue Ware. Und dann kommt das hier raus und die verteilen das alles. Wow. Alle Hand. Ähm. Ähm. Da will ich, da will ich, da will ich, ähm, ähm, ja. Ähm. Ähm. kann ja so kofone ließ die güter zu geht aber hier rucki zucki ich baue erstmal eine breite straße und so weiter die keine autobahn eine sechsspurige dann möchte ich ja auch dann hier lang fahren können können ja dann komme ich wieder raus so muss ich mal sehen dann haben wir hier da ist ja die autobahn genau so, das heißt 6 uhr einige fahren runter warte mal ja, die autobahn ist ja da da fahren einige hier runter in diese diese stadtgebiete und andere fahren dann hier aber da kommt ja so nicht hin guti das heißt ja klar wir müssen noch einige straßen verbessern das mache ich auch noch aber das mache ich dann in der nächsten folge oder übernächsten muss ich mal gucken ich lege es immer hier noch auf straßen und dann schauen wir mal ansonsten ja man kann auch dann hier kann man nicht kann man nicht halt ich das mal eben an warum kann man das nicht ist ja denn von was da ist doch frei da kann ich aber keine straße land bauen da geht es aber dann geht da ein kleines putzdingen drauf ja was ist das verrasen oder was ähm das mal das mal das da nicht machen kann ist komisch da geht es ja so ein bisschen freig auf die art naja kann das eine haus deswegen auch da stehen bleiben gut ähm machen wir es so dann bau ich halt die straße noch hier rüber verbinde das irgendwie mit der ecke hier und dann schauen wir mal so dann erstmal danke fürs gucken und dann bis zur nächsten folge bei 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 bei